Etwas mehr als 30 Jahre sind seit dem Fall der Berliner Mauer vergangen, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die praktische Antwort der DDR auf den massiven Exodus ihrer Einwohner nach Westen über die unverteidigten Grenzen West-Berlins war. Das Gebäude, das als Inspiration für die Romane von John le Carré und Leen Dyckton diente, blieb nach der katastrophalen Grenzschließung am 13. August 1961 28 Jahre lang ein fester Bestandteil der Landschaft des Kalten Krieges und stellte eine Todesdrohung für jeden da, der es wagte, es zu überqueren. In diesem Video sprechen wir über die Berliner Mauer, wie hat sie funktioniert. Aber vorher abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf das Glockensymbol, um weitere tolle Inhalte zu erhalten. Lassen Sie uns das Video jetzt ohne weitere Verzögerung starten. Warum wurde die Berliner Mauer gebaut? Die Deutsche Demokratische Republik, DDR, die in der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg die sowjetische Besatzungszone war, stand in den 1950er Jahren kurz vor dem Bankrott, als jeder sechste Mensch auswanderte, hauptsächlich auf der Suche nach Arbeit dank Westdeutschlands WIATSCH AFTS WUNDER-Anführungszeichen, teilweise auf der Flucht vor politischer oder religiöser Verfolgung. Die ostdeutschen Kommunisten erhielten im August 1961 von Moskau die Erlaubnis, die Grenze zu blockieren und eine physische Barriere zu errichten, weil die DDR verzweifelt versuchte, diesen angeblichen Breindrein zu stoppen. Die Wahl konnte nur der Kreml treffen, weil der Westen die sogenannte DDR-Formel nicht anerkennt und dies gefährlich wäre. Die Berliner Mauer kehrte den typischen Zweck von Mauern um, der darin besteht, Menschen fernzuhalten, diese Mauer wurde nur gebaut, um ihre Bürger im Inneren zu halten. Wie war das Leben in Ostberlin vor der Mauer? Welche Umstände machten die Mauer notwendig? Entlang der Elbe und im Harz errichtete die DDR 1952 starke Draht- und Feuerzonen, um ihre Landgrenze zu Westdeutschland abzusperren. Wo die gesamte Vegetation innerhalb von 100 m von der Grenze zurückgeschnitten wurde, um den Wachen ein unbelastetes Schussfeld zu ermöglichen, Klammer zu. Die Vier-Mächte-Metropole Berlin, deren drei westliche Sektoren noch von den USA, Großbritannien und Frankreich im Rahmen von Nachkriegsabkommen geschützt wurden, gegen die Moskau nur zögerte, hatte jedoch in ihrem Zentrum ein unaufhaltsames Leck. Während der Blockade von 1948-1949 versuchte die Sowjetunion, die Westmächte zu vertreiben, scheiterte jedoch an der berühmten anglo-amerikanischen Luftbrücke. Nach dem gescheiterten Aufstand in der DDR im Juni 1953 schlossen die Kommunisten die Sektoren-Grenze vorübergehend, sie wurde jedoch innerhalb weniger Wochen wieder geöffnet. So konnten Ostdeutsche in den 1950er Jahren problemlos von Ost nach West-Berlin übersetzen. Noch weiter unten hörte man Züge rumpeln. Einmal durch, können Ostdeutsche von Tempelhof im US-Sektor aus in die Bundesrepublik fliegen, ohne befürchten zu müssen, an der Landgrenze aufgehalten zu werden. Besucher konnten einen Tag lang bei West-Berlins Neonfreuden vorbeischauen, die neueste Musik, und vielleicht sogar ein paar Jeans kaufen, bevor sie wieder nach Osten verschwanden. Rund 60.000 sogenannte Grenzgänger, Pendler aus dem Kalten Krieg, die in der einen Hälfte der Stadt wohnten und in der anderen arbeiteten, waren 1961 anwesend magere Summe von 30 Mark. Einige junge Ostdeutsche beherrschten sogar die Kunst des Grenzspiels, etwa junge Männer, die eigentlich Militärdienst leisten sollten, sich aber mit einem Kurzbesuch im Westen verseuchten. Auch zahlreiche westliche Spionageorganisationen hatten ihren Sitz in West-Berlin und nutzten die Lage der Stadt hinter dem eisernen Vorhang. Mit ihrem Abhörtunnel unter der Sektorengrenze zum Abfangen des sowjetischen Kabelverkehrs, schienen die CIA und der britische SIS, Secret Intelligence Service, Mitte der 1950er Jahre einen der größten Coups der Signalaufklärung des Kalten Krieges gelandet zu haben, der jedoch später entdeckt wurde, dass der KGB, der Geheimdienst der Sowjetunion, die ganze Zeit durch seinen MI6-Supermaulwurf, Georgi Blake, gewusst hatte. Auch viele der Tausenden von Überläufern, die im Durchgangslager Marienfelde ankamen, wurden vom westlichen Geheimdienst verhört. Sie hatten keine Ahnung, dass Götz Schlicht, eine ihrer deutschen Kameraden, ein Doppelagent der Stasi war, weshalb Berlin als Stadt der Spione und Gegenspione bekannt wurde. Der Westen, und insbesondere die USA wichen erneut aus, als der Führer der Sowjetunion, Nikita Khrushcho, 1958 den Viermächtestatus der Stadt mit seinem berüchtigten Ultimatum bedrohte, dass den Westmächten sechs Monate Zeit gab, die Stadt zu verlassen, bevor sie sie übergab als Teil ihres rechtmäßigen Kapitals an die Ostdeutschen übergehen. Als West-Berlin 1961 bedroht wurde, drohte John F. Kennedy, der neu gewählte US-Präsident, sogar mit nuklearer Rache. Daher hatte die DDR bis 1961 ihre territorialen Alternativen ausgeschöpft, um den Breintrain zu stoppen. Die Stasi konnte nicht jedem Hinweis nachgehen, die Volkspolizei konnte nicht jeden mutmaßlichen Überläufer aus Zügen nach Berlin festnehmen, und es war offensichtlich, dass West-Berlin nicht von der geopolitischen Landkarte verhandelt werden würde. Es erforderte ein einfacheres, aber hartes Mittel. Der ostdeutsche Staatschef Walter Ulbricht versprach Journalisten auf einer Pressekonferenz im Juni, dass niemand den Ehrgeiz hat, eine Mauer zu ERRICHTEN. Ob dies ein Freudscher Fehler war, kein Korrespondent hat nach einer Wand gefragt, ein Mach-ja-Welscher-Trick, um einen Ansturm auf die Tür auszulösen, oder beides, das beabsichtigte Ergebnis wurde erreicht. Die ostdeutschen Kommunisten erhielten schließlich von Moskau die Erlaubnis, die Grenze zu blockieren, und im August 1961 eine physische Barriere zu errichten, um die Migration zu verhindern, die die westlichen Durchgangslager überflutete. Woraus bestand die Berliner Mauer? DDR-Polizei und Miliz errichteten in einer verdeckten Operation unter Wahrung der Funkstille einen Menschenkordon entlang der Ränder Westberlins. Eine zweite Staffel bestand aus ostdeutschen Soldaten und ein Drittel aus Einheiten der sowjetischen Armee. Die Grenztruppen wechselten von der Errichtung temporärer Maschendrahtzäune zu einer massiveren Blockmauer mit Stacheldraht, nachdem sie von ihren Stasi-Forward-Beobachtern in Westberlin die Zusicherung erhalten hatten, dass die westliche Militärpräsenz keine Vergeltung üben würde. Der Bürgermeister von Westberlin, Willy Brandt und andere westliche Beobachter zogen sofort Vergleiche mit Konzentrationslagern der Nazis. Die frühen hölzernen Wachtürme hatten ein ausgesprochen modernes Aussehen. Tatsächlich hatte der Kommandeur der Innentruppen der DDR, Willy Seifert, unter den Nazis persönlich Zeit in einem Konzentrationslager abgesessen. Wie lange war die Berliner Mauer? Die Grenzanlagen um Westberlin legten eine Gesamtlänge von 163 Kilometern oder etwas mehr als 100 Meilen zurück. Etwa 50 bis 100 Kilometer davon wurden entlang der grünen Grenze Westberlins zum brandenburgischen Umland aus dickem Drahtgeflecht errichtet, weitere 30 bis 50 Kilometer wurden von einer echten Mauer bedeckt, hauptsächlich entlang der innerstädtischen Grenze. Minen wurden unter der Erde verpflanzt oder entlang einige Zaunpfähle gespannt und erst in den 1980er Jahren abgebaut. Die restliche Grenze bestand aus alten Friedhofsmauern oder Hausfassaden, darunter die ominösen zugemauerten Fenster entlang der Bernauer Straße. Mitte der 1960er Jahre wurde das Gebäude modernisiert und an der Spitze mit einem Antigriffrohr versehen, bevor es Mitte der 1970er Jahre zur endgültigen Grenzmauer 75 Anführungszeichen wurde und sein Erscheinungsbild durch eine Reihe L-förmiger, vorgefertigter Monolithen regelte. Es war wissenschaftlich bewiesen worden, dass es ohne künstliche Hilfe bei einer Höhe von 3,6 Metern von einem Team von DDR-Armeesportlern nicht skalierbar und unfehlbar war. Wie viele Menschen wurden beim Versuch, die Mauer zu überqueren, getötet? Mindestens 140 Menschen wurden durch die Berliner Mauer getötet. Ida Siegmann, 58 Jahre alt, war die erste, die am 22. August 1961 starb, nachdem sie in der berühmten Bernauer Straße, deren Häuserfronten die Grenze bildeten, aus einem Fenster im dritten Stock gesprungen war. Zwei Tage später wurde Günter Litwin, 24, im Hafen des Stadthafens, den man heute vom Berliner Hauptbahnhof aussieht, mit einem Maschinengewehr erschossen. Das bekannteste Ereignis ereignete sich am 17. August 1962, als zwei Ostberliner Teenager einen Grenzübergang namens Checkpoint Kali überquerten, als dieser noch nicht gekennzeichnet war. Einem von ihnen gelang die Flucht, doch der 18-jährige Peter Fechter wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Der arme Teenager wurde am Fuß der Mauer dem Verbluten überlassen, obwohl westliche Fotografen nach Wachen riefen, um ihn zu retten. Offenbar hatten die Wachen Angst vor Vergeltungsschüssen aus dem Westen. In den 1980er Jahren verschlechterten sich die Bedingungen. Solange Russland darauf bestand, sein Öl in harter Währung zu bezahlen, drohte dem Ostblock eine Energiekatastrophe. Mit dem Aufstieg Michael Gorbatschos im Jahr 1985 drohte der Hartliner Regierung unter Erich Honecker eine politische Reform. Wie abgehoben die Parteiführung wurde, wurde deutlich, als Politbüro-Mitglied Kurt Hager sagte, wenn ein Nachbar seine Tapete ändere, tue man es auch nicht nachziehen müssen. Aber der Fall des eisernen Vorhangs Anderswo, an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich im späten Frühjahr 1989, beschleunigte den Zusammenbruch der DDR wirklich. Eine Lücke wurde geöffnet, die eine erneute Evakuierung verursachte, die hastig wieder gestoppt wurde. Der Geist war jedoch nicht mehr enthalten. Hoffnungsvolle Immigranten aus der DDR begannen in den westdeutschen Botschaften im gesamten Ostblock zu kampieren. Auswanderungswillige begannen auch innerhalb der Nation Proteste zu veranstalten, die sich auf Leipzig konzentrierten, wo die wöchentlichen Gottesdienste in der Nikolai-Kirche eine ausgesprochen antistaatliche Stimmung annahmen. Eine noch größere Bedrohung für die DDR waren die Hierbleiber, Einzelne, die entschlossen waren, hierzu BLEIBEN-Anführungszeichen und den Arbeiter- und Bauernstaat von innen heraus zu verändern. Am 9. Oktober 1989, als es darauf ankam, sahen die Leipziger Sicherheitskräfte davon ab, die 70.000 Demonstranten physisch zu konfrontieren. Die Ostdeutschen fürchteten nichts mehr. Massenhafte Gegendemonstrationen in diesem Monat unterbrachen weiterhin die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der DDR, indem sie den Untergang des Stadtsozialismus statt seiner Fortsetzung forderten. Doch am 9. November 1989 verwandelten sich die Unruhen in eine Komödie. Eines der ungeheuerlichsten Missverständnisse der Geschichte stand kurz davor, von einem ostdeutschen Staat ohne Anweisung begangen zu werden. Massenproteste hatten das Zentralkomitee der Partei an diesem Tag zum Rücktritt gezwungen, aber es unternahm einen letzten Versuch, den Schaden zu minimieren, indem es den Bürgern ermöglichte, zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder Pässe zu beantragen, um in den Westen zu gehen. Aber was als Verzögerungsstrategie gedacht war, Menschen mit Bürokratie zu verstopfen, verwandelte sich in einen Ansturm auf die Tür. Das ist es, Jungs. Der Fall der Berliner Mauer hatten negative politische, wirtschaftliche und soziale Folgen, die die ohnehin wackelige ostdeutsche Verwaltung weiter schädigten. Am 3. Oktober 1990, elf Monate nach dem Fall der Berliner Mauer, war Deutschland wieder vereint. Wenn Ihnen das Video gefällt, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf das Glockensymbol. Hinterlassen Sie ein Like, teilen Sie es mit Ihren Freunden und Familien und schreiben Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich unten auf.